Hey! Na, wie geht's euch? Leute, Leute! Heute ist das Spiel. Jedes Mal im Moment. Und... Sorry, sorry. Hier ist jemand, der ist der Erste. Moment, Moment, Moment! Hier ist der Zweite. Muss halt einpacken. Na, na, ich muss unbedingt einpacken. Ich will den anderen zeigen, wenn ich mal stehen bleibe. Bleib mal stehen für die Kamera. Muss nicht sein. Jan? Bleib mal stehen! Jan! Schließ mal! Rüber! Jetzt! Ah! Da wackelt mir zu viel. Wir schmieren Fuß bei. Und ja, ihr seht das ja gleich, wenn das Tor gefallen ist. Wenn kein Tor gefallen ist. Ich blab was sowieso. Bis hier. Björn! Kommst du mal hier hin? Björn! Kommst du mal hier hin? Björn! Kommst du mal hier hin für die Kamera? Hier ist der Björn, der keinen Bock hat. Und ja, und ich. Wie normal auch. Bis was. 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 Bis. Auf Wiedersehen! Der 6. Spielminute! Schwerer Blüh! Tudorus! Schrauben! Vorschütze mit der Nummer 16! Unser Kapitän André! Neuer Spielstart! Kripplitz! Eins! Lundlingsaufel! Ruhe! Da ist er dran! Bitte! Das müssen wir noch üben! Das ist noch jung! Der Haug! Hier haben wir noch die Tadel! Eine Score! 4. Spielminute! Tee! Abenteuer! Kripplitz! Vorschütze mit der Nummer 24 Handlung! Haug! 2. 0! Danke! Danke! Bitte! 2! 2! 2! 3! 2! Dritter Tor! Dritter Tor! Dritter Tor! Dritter Tor! Dritter Tor! Die letzten paar Minuten beginnen! Yay! Ich weiß nicht, wo der Ball ist. Entschuldigung. Ende! Dritter Tor! 3 zu 0! Hölnitus! Kuppe! Ha! Swimmon! Ha! Swimmon! Ha! 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 Bitte! Liebe Füßere Freunde! Das Spiel ist aus! Endstadt! 3 zu 0! Die Serie, die hält! Wir hoffen, dass das auch in den nächsten Spiel so weitergeht. Der 8. Spieltag am 11.19. in Röntgen-Völklingen. Und dann das nächste Handpiel, da würden wir uns freuen, wenn wir Sie wieder hier in den Schaden-Urberg begrüßen können. Das ist die JGTV-Shopz Mainz am 19.09. um 14 Uhr. Wir hoffen, Sie hatten mit der Mannschaft, mit dem Ergebnis und dem heutigen Tag Spaß und wünschen Ihnen eine gute Einreise. Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen! Die Stimme hier gar nicht. Das ist an dem Schnee. Am anderen Tag, wenn die Meringer kommt... Rojes innocieren! Schreisen! Herzlicher! Access brave! Herzlicher! Für den Đ vamten доступ, der Gaute richtigen! Der Trolle... Das코έro! DerNext! So, was ist los, ey? Simon, wir müssen rein. Kommst du wieder? Ja. So sitzt du wieder da. Das Den kenn ich überhaupt gar nicht, der da steht und abhaut. Den kenn ich überhaupt gar nicht. Tschöp, bis gleich. Ich wollte den Ingo grüßen gleich. Ingo gehört. Und er macht das. Komm mal vorbei, bitte, Ingo. Bei unserer Tribüne. Von eurer Bühne, das ist die zweite von eurer Bühne, die zweite Block heißt. Da, wo ihr steht, die Nummer 4. Da oben, immer oben. Kommt vorbei, bitte. Und ja, kommt einfach, macht einfach und spielt einfach. Viel Spaß noch. Tschöp. Hi, ihr Lieber. Spiel ist vorbei. Wir haben gewonnen. Und ja, jetzt heißt es nur noch heim. Und dann nichts mehr machen. Das heißt, viel Spaß noch, ihr Lieber. Und tschöp mit Öl. Ciao.